Aufgrund der Tatsache, dass es in Babelsberg einfach keine Plätze gibt, für uns als Babelsberger-Verein hier einen Platz zu schaffen, was wir hiermit gemacht haben, ganz spontan und ohne großen Aufwand, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass diese Fläche hier durchaus auch für Kinder genutzt werden kann und nicht als historische Parkanlage, als Population für die Schlösserstiftung genutzt werden sollte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020